Sooo und damit hallo meine Freunde und willkommen hier zu einem neuen Display ist jetzt schon Within und zwar ich habe mir gedacht da der Max ja hier schon mal wieder was hochgeladen hat muss ich natürlich auch mal was machen und das Spiel ist von einem ich glaub Schweizer ok das Teil war vorhin noch nicht da oder auf jeden Fall das Spiel ist von einem Schweizer Studenten der irgendwie hier Grafikdesign und sowas studiert und dieses Spiel entwickelt und wir schauen uns das jetzt einfach mal an und auf Z läuft man nach vorne nicht wie gewöhnlich auf BASD und das Spiel soll einen anscheinend etwas verrückt machen ich habe jetzt übrigens hier ist etwas graues ok Es soll so circa fünf bis zehn Minuten gehen je nachdem wie lang man braucht und ich bin eigentlich recht gespannt darauf was das hier uns zeigen wird dieses Spiel Ich versuche die ganze Zeit auf BASD zu laufen aber das geht ja gar nicht Ich kann ja springen aber das nutzt mir auch nichts Ok wo geht es denn jetzt hier weiter Ach ok hier kann man zoomen mit der linken Maustaste Hier geht es wieder zurück oder? Ja hier geht es wieder zurück Wir wollen aber nicht zurück Wir wollen hier irgendwie lang gehen Ich habe aber keine Ahnung Ach hier geht es weiter oder? Ich schätze schon Gehen wir wollen wir hier lang So Ok Das sieht ziemlich krass aus Äh ich würde sagen wir laufen einfach mal da hoch Ist weil das möglich ist Also ich äh Vielleicht kennt ihr das Spiel Anti-Chamber Das erinnert mich jetzt gerade hier ein bisschen daran Nur ohne irgendwelche Farben Weil der wäre wirklich alles nur schwarz-weißes Ich weiß nicht ob das so bleiben wird oder Nicht oder keine Ahnung Hier geht es nicht weiter oder wie Nö hier geht es nicht weiter Kriege ich Fallschaden? Ne Ok Äh dann geht es wahrscheinlich hier unten weiter Ok What the fuck Einfach nur Abgestürzt Einfach abgestürzt Einfach Einfach abgestürzt Aber was war jetzt das? Ist das sowas wie Slenderman Oder habe ich jetzt irgendwie von was verpasst? Ich habe keine Ahnung Alles klar Leute Ähm Vielleicht versuche ich mich mal nochmal daran Ähm hier steht jetzt auch Dass einige Dateien hinzugefügt wurden Ob ich die zum Archiv hinzufügen will Äh Ja will ich mal Mach mal hier Ok Keine Ahnung Das Spiel ist abgestürzt Weil als ich zu der Kugel gekommen bin Ihr habt es selbst gesehen Ich wünsche euch noch einen schönen Tag Haut rein Wir sehen uns dann Demnächst wahrscheinlich bald wieder Mit Part 2 Falls der kommen wird oder nicht Oder in irgendeinem anderen Let's Play oder Keine Ahnung Wir sehen uns auf jeden Fall Haut rein Tschüss Das ist